servus miteinander grüßt euch an dieser stelle und ich grüße jetzt hier auch noch mal ganz rotzfrech das netzwerk content ford grüße gehen daraus angemergasmus pro nations an die liebe juni ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen ich habe da ein bisschen schwierigkeit an den lieben slap slam gaming und seiner bekannten an den guten romson thompson xc und an alle anderen noch aus dem netzwerk grüße gehen raus an den lieben zieht so shows an die liebe miss scharki die gute elvira an den lieben homas und an den guten plex lp eine gute luvia evolution 666 an den guten tommy gaming tommen gaming aka tommy terry noch für mich lieben bei rule undercover die liebe isa bella an den lieben mc nero und noch vielen anderen für euch einfach mal hier gegrüßt und geknuddelt so wir machen hier mit dem thema garten weiter wo wir aufgehört haben also wir ernten und pflanzen das haben wir jetzt hier aber die sesamstraße ja eine sache habe ich nur vergessen liebe grüße gehen auch noch an den lieben schmidt akk robert raus natürlich und an seine geliebte die liebe man die akk zickchen so wir machen jetzt hier einfach mal schön fleißig weiter und das gute ist mit all dem sachen die wir hier auf den feldern haben können ja auch kochen das nächste was ich bauen werde ist definitiv noch eine kleine kleinen anglersee oder ich werde mir einfach einen see raussuchen hier auf der auf der map und werde dort eine kleine anglerhütte bauen weil man kann auch mit fisch kochen und das will ich natürlich auch noch machen ihr habt keine ahnung wie gut die leute haben die hier auf dem server hier mitspielen dürfen außer sie kochen natürlich selber dann ist klar aber sie dürfen sich ja hier an den feldern auch bedienen so schauen wir mal ganz kurz hier in der vogelperspektive voll 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 hier ist schon voll aber hier noch nicht bei dem was haben wir hier bei dem harsnipp da hätte ich jetzt auch ganz normal nicht mit der hacke weil sonst hacken wir den salat hier mit weg darauf habe ich jetzt keine lust und wenn uns das eine mal nicht reicht können wir mal ganz kurz zum me system und holen uns knochenmehl wie gesagt ihr seht ja das ist die palms haverskraft zwei korps zum beispiel ist sind die pannsnips zum beispiel aus der mod dann gibt es wahrscheinlich auch palms haverskraft eins und so dazu gehören aber auch die die fruchtbäume hierzu palms haverskraft alles was hier in gemüse und fruchtbäume rumsteht und liegt gehört zur panns haverskraft mod da bleibt sogar noch was übrig das heißt es kann wieder getrost ins me system sein das schmeiße ich ja auch jetzt hier rein das sandwich das brauche ich nicht unbedingt wenn ich hunger habe dann habe ich hier mal diesen kuchen also wir werden den kuchen da oben in bei der küche immer essen so jetzt haben wir das feld voll das ist voll das ist voll das ist noch nicht voll das sind die ist es ist der rhabarber 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 joug hort oder wagen lecker oder rhabarber marmelade rhabarber das wer hat sich das wort für diese pflanze ausgesucht rhabarber rhabarber und wir müssen auch jemand für beleuchtung sorgen hier zwischen den feldern oder auf den feldern als sonst haben sitzen hier stelle ich hier im dunkeln ich könnte zum beispiel jetzt wieder hier meinen mining helm out ziehen sagen wir so ich liebe es zwar wenn es nacht wird hier auf dem server und so weiter aber wenn du mal was erledigen willst und es wird die ganze zeit nacht musst du ja quasi also ich bin jetzt gut ausgerüstet aber das setzt euch mal in die lage von einem spieler der noch nicht so gut ausgerüstet ist wie ich und es könnte sein dass hier zwischen den feldern also in durch den wegen hier und so monster spawnen ja da bist du ein bisschen gelackmeiert wir machen jetzt mal folgendes dass man setzt sich den meinigen wieder aber sonst nutzt er sich zu sehr ab was er noch was findet was noch eine rede ist für eine mod ist die schlafsack mod weil da kommt man schneller darauf zugreifen muss man nicht erst den rucksack auf dem boden legen und den schlafsack ausbreiten obwohl ich mag diese den rucksack des reisenden ich finde eigentlich beide mods gut ach ja das wollte ich euch ja auch noch zeigen weil ich kann ja hier den rucksack so komisch aufheben was ist ob es hier mit den tieren geht pass mal auf ja da hat man es gehabt hier ich so sieht das aus ich kann hier den kleinen kerl hier meine rüstungs arme da nicht mitgehen fragt fragt jetzt bitte mal nicht ich habe angeblich hier vier arme gerade kann ich jetzt so tragen den kleinen wieder ablegen okay das ist merkwürdig bisschen fragwürdig kann ich den kleinen fuchs hier auch nehmen aber ich wieder vier arme süß oder jetzt sagt bitte dich jetzt geht auch mit dem basilisten dann ne ich glaube nicht dass das geht kommen dass wir jetzt zu match es geht auch mit dem basilisten es geht mit dem basket ist bloß dass der jetzt mir sein schweifel ins sicht drückt und er ausschaut wie als wäre aus glas aber es geht auch mit dem basilisten wie cool ist das denn hat er jetzt nicht so nett da jetzt würde mich auch noch ab muss sein weiß kann ich mich raussetzen dieser basilix folgt hier was du folgst mir jetzt neu okay ist aber das kriegt bis patrouilliert wandert dieser basilix sitzt und neu okay setzt sich nieder setzt sich nieder setzt sich nieder lol wie geil ist das denn das ist krass ok gut dann bleiben die mal sitzen jetzt sagt bitte nicht es gibt basilisten sattel dann würde ich das feiern sattel kommt dass wir jetzt zu übertrieben wenn es hier für basilisten sattel gibt was wie schreibt man euch denn noch mal was sie okay war sie war sie war sie ist was haben wir denn hier was gelisten auge was gelisten zepter legendäre waffe gibt dir dem ziel aus dürrung kann mehrere ziele treffen okay was sie witzenden schädel was sie witzenden keinen sattel aber cool dass die dass wir das so einstellen kann dass der ein folgt das finde ich cool so aber jetzt machen wir mal hier mit der gartenarbeit weiter im ort werde ich mir auf jeden fall noch genauer anschauen die eis und feiern mod definitiv da brauchen wir zum beispiel nicht alle ernten komm das machen wir trotzdem aber nur so in dem schwung lass uns endlich die rote bete da hinten mit krass dass das geht jetzt sagt nicht ihr ist auch winterkürbisse gut hat mich jetzt stark gewundert so und der rest er kommt jetzt wieder ins system wie viele sind das hier noch 1 2 3 4 5 zack 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 gut dann haben rote bete auch voll so welche felder haben wir noch nicht voll das hier hinten haben wir noch nicht voll das ist knoblauch so bleibt ihr bleibt jetzt hier schön sitzen hier wird nicht gemeckert ja und wenn ihr mal wenn ihr brav seid dann nehme ich euch mal auf eine abenteuerreise mit entweder in der aufnahme oder im stream weil ich habe mir erlaubt das zu streamen und aufzunehmen also abgetrennt natürlich also live let's play will ich jetzt nicht daraus machen ich bin jetzt nicht so der live let's player sondern der normale let's player und ihr habt es ja auch gesehen ich bin auch gemerkt was ich hier schlag auf schlag auf einmal geändert hat also ich nehme mir auch halt die erlaubnis raus offline weiter zu spielen ich zeige euch dann aber jedenfalls immer was neu ist so haben wir ja alles fertig die erdbeeren da die sind wahrscheinlich immer noch nicht reif ok da bricht mir echt knochenmehl so süßbein haben wir auch noch mal geerntet ich würde jetzt einfach mal ein bisschen hier rum rennen damit ich bisschen hunger kriege weil ich will ich bin halt neugierig ich will halt wirklich wissen was diese huchen auf sich haben das kann ich halt nur wenn ich ein bisschen schufte deswegen werde ich mir jetzt die arbeit hier nehmen ergeben ich habe jetzt nicht so abbauen mit den ftp wie heißt das fiest der biest ultime time oder ich schaue ich schaue mal in steuerung ich weiß es jetzt nicht wie es jetzt komplett heißt moment ich war einmal hier so runter so schauen wir mal ihr seht wir haben zum beispiel carry drauf opel koreos inventory hier das ftp ultimein heißt das und das bewegt hat nichts anderes wenn man eine taste belegt dann gehe ich hier hingehen drücke die mittlere maustaste dass mich die tatsächlich belegt habe und ist sofort ein großer brocken raus aber hier unten geht das jetzt schlecht weil wenn ich das jetzt mache dann entstehen solche löcher das will ich ja vermeiden eigentlich weil ich will ja der erde drauf haben deswegen machen wir das jetzt einfach mal traditionelles so es geht ja schnell wir haben ja hier die shadows die axt die ich mal geschenkt bekommen habe unter anderem die shadows die schaufel äh die shadows die axt oder habe ich mir die gekräfte die shadows die axt die habe ich aber schon länger die habe ich immer im inventar irgendwo gehabt ich schaue mal ganz kurz shadow wie macht man die axt noch mal schattenstahl komische verbindung create stimmt das war mal ganz am anfang vom server oder ich glaube die habe ich auch geschenkt bekommen irgendwie die war auch mit mal dabei das war mal ein geschenk vom damaligen admin hier er hat uns halt einfach eine truhe hingestellt da waren shadows die sachen drin und diese living rüstung dankeschön noch mal an dieser stelle für dieses tolle geschenk oder diese tolle geschenke dann machen wir uns mal so richtig schön hunger dann will ich mal wirklich mal sehen was diese kuchen wir wirken das gute dran ist das gestein was ich jetzt hier auch hier abbaue man ich zeige mal das mit den löchern einmal das glück manchmal dann wird nichts im boden weg gehauen dann war schon wenn man ganz viel glück hat da sind ja das wieder ein loch und da ist wieder so ein loch das ich eigentlich haben wollte aber gut das müssen wir damit ja okay das war jetzt doof manchmal klappt manchmal klappt es manchmal klappt es nicht wenn wir wollen da sowieso erde hin machen jetzt haben wir hunger moment jetzt müssen wir ganz schnell dahin ich hoffe man verreckt jetzt nicht so schnell daran so erstmal den schokokuchen man hat mit dem schokokuchen kriegt man ein geschwindigkeits booster ok dann ist man ganz schnell schokokuchen ist geschwindigkeit ok und jetzt bis werden jetzt sagt bloß man kriegt bei den süßbären nichts wahrscheinlich muss ich warten bis der buff wieder abklingt nochmal hier den die fenster zu ich gucke mich mal kurz hier hin warte mal bis der buff hier abgeklungen ist dann dann kriselt man hier so ja das ist auch eine mod wo man sich hin hocken kann dort der buff ist weg was ist jetzt wenn ich nochmal esse ok man kriegt auch von den süßbären kuchen eine geschwindigkeitsschule da wird es vom apfelkuchen aber auch nicht anders sein warten wir einfach mal wieder wir hocken uns wieder hin warten wieder bis der buff weg ist da klingt das schon ab so weg ist er ok man kriegt von allen drei kuchen die gleichen buff einen geschwindigkeits buff also mehr ist da auch nicht man kriegt ein geschwindigkeits buff so so dann hole ich mir mal ein bisschen erde ich meine ich könnte auch gleich mal so machen verschwindet das zeug nämlich auch erde eigentlich würde ich die grobe erde weg weg machen weil ich glaube die ist so gar nichts nutze eigentlich die grobe erde weiß jedenfalls nicht was wofür man die verwenden könnte ich nehme jetzt mal so viel erde mit gut ich esse mich aber trotzdem an den kuchen jetzt da auf in der küche voll man kriegt halt einfach nur einen doofen geschwindigkeits buff zack 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 so man ist wieder voll raus so und dann würde ich mal sagen uff hier müssen wir schon noch ein bisschen wegarbeiten wir machen erst mal das hier und dann man nur das obwohl ich habe ja gesagt ich mache ab hier dann weiter hast schon so dann würde man halt bisher noch irgendwie verschönern aber das machen wir später so machen wir erst mal das stück da hinten noch weg und dann füllen wir das ganze mit erde auf es gibt eine maschinerie wo das ganze noch vereinfacht aber das muss mir der gute robert acker schmidt noch erklären und zeigen wie das zeit wie das gerätschaftl heißt und wie man das bastelt das weiß ich mich noch nicht aber die sachen können wir jetzt schon mal hier weg machen die hier in der luft schweben also warum das jetzt hier da so schnell geht das seit ganz weicher stein das ist kalkstein der ist mega weich genauso wie verbindeter kalkstein bin ich jetzt baroniert ich habe hier eine fliege gesehen also sie ist es verfliegen nicht so kalt ich bin echt paranoid ich habe irgendwas schwarzes so gerade an mir wegfliegen sehen das war definitiv eine fliege oder irgendein insekt so dann haben wir das hier dann will ich aber das ganze hier auch ersetzt haben durch erde aber von der breite reicht das seit noch lange nicht wir wenn da noch keine erder ansetzen wir wird das ganze noch mehr in die breite machen erst mal jetzt gab es eine entspannte garten zwischen für euch jetzt gibt es mal wieder terraforming und das kommt auch noch weg diese viecher diese obertschienen männchen so soll freude dass ich kurz die webcam ausmachen musste ich habe zwar gesagt ich nehme auf aber da war da ist jemand gerade reingekommen jemand der nicht gefilmt werden will jetzt war die person ist kamerascheu diese diese werkzeuge die ich hier habe diese shadows die werkzeuge das übertrieben ich weiß nicht ob sie jetzt kann was jetzt übersagen ist ist übertrieben es sagen wir so ist schon leicht op weil du kriegst ja bei den spitzhacke zum beispiel kriegst du ja immer einen kleinen prozent an erfahrungspunkte wenn ein stein block zerstört wird bei der steht bei den shadows dies vor seht ihr habe ich hier waren zwei rückschuss zwei halbbarkeit 3 reparatur und ich krieg von jeder entität also hier von jedem wesen dass ich damit töte auch erfahrungspunkte genauso mit der schaufel und genauso mit der axt und ich muss halt schauen dass ich irgendwie diese level irgendwie nützlich nützlich einsätze ich kann zum beispiel leuten rüstungen verzaubern waffen verzaubern werkzeug verzaubern wenn sie das wollen okay das wird halt ein bisschen schwierig mit dem gebäude vom guten flexil p aber ich habe gesagt ab hier ist essenze also ich muss jetzt hier noch ein bisschen wegnehmen definitiv doch hier hat auch eine höhle okay so meine freunde ich sehe wir sind schon wieder am ende einer folge angelangt ja das geht halt schnell mit den aufnehmen hier ich würde mal so sagen ich mache jetzt dass wir das den streifen hier noch weg und den rest mache ich offline weg also dass wir müssen jetzt nicht miterleben wie ich das ganze hier weg gruppe ihr seht das wahrscheinlich bei der nächsten aufnehmen session wenn da schon ja hier die band hier die die wand hier der zaun hier nach drüben geschoben wurde und dass da felder sind hier in dem bereich so ich stelle mich mal hier drauf mit dem ist der sicht wieder hier so mit den tieren hier mit dem garten danke an dieser stelle wieder ein herzliches dankeschön support ist kein mord versteht ihr abo und die glocke aktivieren wäre super teilt ruhig dieses video dieses let's play diesen kanal wo ihr dürft auf jede solche media plattform und bitte nur wo ihr dürft ich will schließlich dass ihr keinen ärger kriegt da wünsche ich euch hier noch einen schönen donnerstag nachmittag